Der Wahrheit die Ehre. Man verbreitet falsche Nachrichten über das Konzentrationslager Buchenwald, man möchte sagen Gräuelmärchen. Es ist, scheint mir an der Zeit, diese auf das rechte Maß zu reduzieren. Erstens hat Buchenwald nicht immer so geheißen, sondern Ettersberg. Unter diesem Namen war es unter den Kennern der Literaturgeschichte der einst berühmt. Goethe pflegte sich dort oft, mit der Frau von Stein zu treffen, unter einer schönen alten Eiche. Diese steht unter dem sogenannten Naturschutzgesetz. Als man in Buchenwald, will sagen in Ettersberg, den Wald zu roden begann, um dort für die Bewohner des Konzentrationslagers eine Küche südlich, eine Wäscherei nördlich einzurichten, ließ man allein die Eiche stehen. Die Eiche Goethes. Die Eiche der Frau von Stein. Die Symbolik ist niemals so billig gewesen wie heutzutage. Es ist beinahe ein Kinderspiel, heutzutage sogenannte Glossen zu schreiben. Sie werden einem von der Weltgeschichte gratis und franco ins Haus, in die Feder, in die Schreibmaschine geliefert. Es ist geradezu für einen Schriftsteller eine Angelegenheit zur Schamhaftigkeit, eine Glosse zu schreiben, die das Dritte Reich betrifft. Die deutschen Eichen, unter denen Goethe mit Frau von Stein gesessen ist, bleiben lediglich dank einem Naturschutzgesetz zwischen der Küche des Konzlagers und seiner Wäscherei bestehen. Zwischen dem Naturschutzgesetz, das längst vor den Jahren entstanden war, und dem Unnaturgesetz, das nach diesen Jahren ausgebrochen ist, im neudeutschen Tone zu reden, zwischen Wäscherei und Küche, steht die Naturschutz-Eiche der Frau von Stein und Goethes. An dieser Eiche umgehen jeden Tag die Insassen des Konzentrationslagers vorbei. Das heißt, sie werden dort vorbeigegangen, für wahr, man verbreitet falsche Nachrichten über das K-Lager Buchenwald, man möchte sagen Grollmärchen. Es ist, scheint mir an der Zeit, diese auf das rechte Maß zu reduzieren. An der Eiche, unter der Goethe mit Frau von Stein gesessen ist, und die dank dem Naturschutzgesetz noch wächst, ist bis jetzt meines Wissens noch kein einziger der Insassen des K-Lagers angebunden worden. Vielmehr an den anderen Eichen, an denen es in diesem Wald nicht mangelt.